Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von ICHON Coaching und in diesem Video reden wir mal über Aktien mit hoher Dividende. Ich möchte noch mal ganz kurz am Anfang eine Dividendenrendite aufzeigen, wie die überhaupt zustande kommt und ganz klar, ich habe auch ein bisschen, ja kriege ja immer durch Instagram Nachrichten und Co und das sind nicht alles nur meine Aktien, sondern auch viele Ideen von euch und das soll auf gar keinen Fall bei keiner Aktie eine Kaufforderung darstellen oder Aufforderung darstellen. Also ganz ganz klar, eine hohe Dividendenrendite 7, 8, 9, teilweise über 10% gibt es natürlich nicht geschenkt und es gibt auch Gründe, warum die Aktien sehr stark im Fallen sind, die meisten zumindest. Es kommt ja selten vor, dass eine Aktie 10% Dividendenrendite ausschüttet und am Allzeithoch ist. Also es gibt ganz ganz viele Gründe, diese Aktien nicht zu kaufen. Auch sei es teilweise hohe Schulden, ein Aktienrückkaufprogramm auf Pump, den Gewinn irgendwie zu pushen, den CEOs interessiert es ja in 10 Jahren nicht mehr, wenn dann die Dividende doch irgendwann gekürzt werden sollte. Ja, also das ist halt einfach auch ein Trugschluss, dass das jetzt ganz ganz toll ist, eine hohe Dividendenrendite und Achtung, hohe Dividendenrendite heißt ja auch erst mal hohe Besteuerung. Mit Kurswachstum könnte ich es ja etwas in die Zukunft verschieben, teilweise ja sogar in der GmbH steuerfrei erzielen oder fast steuerfrei. Also Dividendenrendite kommt ja, also die Rendite kommt ja ganz einfach zustande. Wie viel Dividende wird gezahlt? Durch den Kurs, na ja nochmal 100, dass man Prozent raus hat, aber wenn jetzt 1 Euro Dividende gezahlt wird und der Kurs steht bei 100, ja, Dividendenrendite 1%. 1 wird immer noch bezahlt, Kurs steht bei 10, haben wir halt 10% Dividendenrendite. So und das Unternehmen oder die Hauptversammlung bestimmt ja nur die 1. Die Dividendenrendite wird dadurch nicht bestimmt. Wenn es natürlich der Markt sieht, aber wir haben ganz viel Wachstum und Co., dann kaufen die halt den Kurs nach oben, wenn es Risiko ist, dann wird halt eher abverkauft und der Markt sagt dann halt, wir möchten 10% Rendite haben, weil sonst ist uns das Risiko nicht wert. Also das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Das Unternehmen, die Hauptversammlung bestimmt halt nur den 1 Euro, die absolute Dividendenauszahlung, der Rest bestimmt der Markt. Auch übrigens aufpassen, es bringt natürlich nichts, wenn ein Unternehmen hat, was 10% Dividendenrendite auszahlt, ihr aber jedes Jahr 20% im Kurs verliert. Aber der Traum von jedem ist natürlich sowas, das Unternehmen fällt, zahlt jetzt irgendwie 6% Dividendenrendite und jetzt schaffen sie irgendwie den Turn-on, kann man schon ein paar Mal auch vor. Dividende wird noch weiter erhöht, Wachstum wird wieder angekurbelt und ich bekomme ja dann vielleicht auf meinen Kurs hier unten irgendwann mal, wenn wir hier oben sind, dann halt wirklich 10% Dividendenrendite und habe einen hohen Kurswachstum. Das wäre natürlich das Best Case, was da so passieren kann. Aber jetzt gehen wir mal in die Aktien rein. Wie gesagt, nicht alle von mir. Und wir starten mit dem Tabakkonzern Altria. Ich habe auch mal kurz die Dividendenrendite hier, 9,5% aktuell. Das ist sogar noch ein ganz guter Case, weil die Zahl schon sehr lange hohe Dividendenrenditen zahlt. Im Kurs ist nichts passiert. Da muss ich halt sagen, okay, 10% pro Jahr Ausschüttung minus Steuereffekt und kein Kurswachstum, ist es mir das wert oder nicht. Das kann es ja jeder für sich selbst entscheiden. Dividende scheint safe zu sein. Das kann sich auch alles relativ zügig ändern. Wir wissen die Probleme der Tabakhersteller. Aber ja, ich würde mal behaupten, hier kriegt man noch hohe Dividendenrendite zu einem annehmbaren Risiko. Kurstechnisch würde ich aber natürlich gar nichts erwarten. Wir haben hier so eine Range, bei irgendwo 37 Dollar, was so einen ganz guten Tief darstellt. Historisch gesehen kann ich natürlich auch mit Puts arbeiten. Müsste man aber eher at the money gehen, um noch ein bisschen Prämie zu kassieren. Der zweite Kollege von dem Tabakkonzern ist British American Tobacco, Tobacco, BATS. Ich habe jetzt hier die Aktie aus London rausgesucht. Das ist ein Pfund. Ja, kann ich natürlich auch machen. Sieht dann ähnlich aus im Kurs. Dividendenausschüttung ist wohl relativ safe. Aber auch hier, ja, muss man natürlich aufpassen. Kurswachstum wird es nicht groß geben. Schönes Tief aber, oder schöne Tiefsinn hier bei so 2.200, 2.500 Pfundmarke. Ja, das würde ich auch sagen, ist natürlich auch eine Alternative, die man machen kann. Dividendenausschüttung ist nicht also für die Dividendenrendite. Liegt auch irgendwo bei so 9%. Muss man halt wissen, was man, ja, wirklich haben will. Die anderen Tabakhersteller sehen auch ähnlich aus. Die haben ja auch alle ungefähr die gleichen Probleme. So, das kam jetzt auch von der Community. Bin ich ehrlicherweise kein großer Fan von 3M Company. Zahlt aktuell, ja, 6,6% Dividendenrendite. Immer noch gigantisch hoch, für so ein Großkonzern, sag ich mal. Die haben es jetzt, meine ich, auch erst vor kurzem erhöht. Ja, also erhöhen es jetzt gerade immer in den letzten Jahren um 1 Cent, dass sie es halt einfach erhöht haben. Kaufen auch Aktien zurück, um Gewinn zu schönen, Schulden und so weiter. Rechtsstreit sind auch noch offen. Also das ist natürlich eine heiße Kiste hier. Und es gibt, ich zeige auch noch den Beispiel, es heißt ja nicht nur, wenn man 40, 50 Jahre Dividenden erhöht hat, dass es dann noch weiterhin so bleibt. Und auch hier fällt der Kurs und fällt der Kurs, weil es halt wirklich auch schon aus der Substanz bezahlt wird. Ob hier der Turnaround geschafft wird, ich sehe ihn aktuell nicht. Und er wird mich da persönlich eher an der Seitenlinie positionieren. Klar, irgendwann sagt der Markt, okay, jetzt ist es fair bewertet. Aber ansonsten, ja, ist dieses Unternehmen schon sehr stark gefallen. Und ich finde auch, da gibt es andere, bessere Aktien. So, jetzt haben wir mal noch ein deutsches Unternehmen, wurde auch gewünscht. Und zwar Mercedes sieht im Vergleich zu anderen ganz gut aus, muss man ganz klar sagen. Im Vergleich zu den anderen Dividendenaktien, die sehr stark am Fallen sind, ist ja natürlich eine extrem hohe Bodenbildung. Wir haben jetzt hier eine Auszahlung von 5 Euro. Sind es auf einen Kurs von 70 irgendwie 5, 6 Prozent, sogar ein bisschen mehr müsste es sein. 7 Prozent, das ist natürlich schon gigantisch, steht auch bald oder wurde halt bald ausgezahlt. Ja, da ist aber halt erstmal immer fraglich, weil die nächste wird halt erst nächstes Jahr bezahlt, dann wieder. Und auch Mercedes kürzt ja auch mal die Dividende, was finde ich ehrlicherweise auch okay ist. Also ich hätte lieber gern ein Unternehmen und gesagt, Moment, uns geht es gerade nicht gut, wir stellen uns jetzt neu auf, als irgendwelche Schulden aufzunehmen und Aktien zurückzukaufen und dann irgendwie noch eine Dividende zu zahlen. Im Kurs immer 20 Prozent fällt. Ja, aber die Autokonzerne schütten teilweise hohe Dividenden aus, wenn er natürlich irgendwo in der Corona-Krise mal zugeschlagen hat, herzlichen Glückwunsch bei irgendwie 20, 30 und jetzt 5 bekommt pro Jahr. Das wird natürlich gigantisch, ich habe es nicht gemacht. Und hier sieht der Markt natürlich auch trotzdem noch ein paar Risiken. Mercedes ist ja auch immer die Frage, machen sie jetzt vielleicht doch in, oder gehen ja immer mehr in die Luxusrichtung, was wieder ein bisschen, Anführungszeichen, sicherer wäre, als jetzt ja von der E-Auto-Problematik, ich nenne es mal Problematik, für den deutschen Markt, da davon zu profitieren, ob man da nicht direkt einfach in die Luxussegment geht. Das zu Mercedes. Es gibt ja noch einen anderen Kandidaten aus der USA, Ford, auch eine wilde Kiste, zahlt nicht ganz so viel, 4 Prozent Dividendenrendite aktuell, natürlich dann auch ein bisschen häufiger, nicht nur einmal pro Jahr. Kurz im Nirvana hat sich wieder ein bisschen beruhigt. Wer einen großen Automobilkonzern will aus der USA, denke ich, führt auch kein Weg dran vorbei, aber auch ich finde, da gibt es schön noch Werte. So, jetzt haben wir mal noch einen ehemaligen Dividendenkönig, der aber immer noch eine hohe zahlt. AT&T, 6 Prozent Dividendenrendite, 6,5. Das war halt auch zum Beispiel so ein Fall, wo einfach immer, okay, hohe Dividende gezahlt, 6, 7 Prozent, aber es war immer knapp. Auf Pump Aktien zurückgekauft, geschont und irgendwann mussten es halt auch die Dividende kürzen. Aber trotzdem immer noch 6 Prozent. Vorteil ist natürlich von so ein AT&T-Konzern, Cashflow kommt regelmäßig rein, planbar, aber ist natürlich auch eine wirklich heiße Geschichte. Kurs läuft nach unten, da würde ich auch sagen, okay, habt schon gekürzt, ist halt rausgeflogen, zahlt mal keine, sortiert euch neu. Ja, und kommt dann halt mal wieder klar, so Walt Disney hat sie auch mal ein paar Jahre jetzt keine Dividende gezahlt. Kursstechnisch immer noch weit unten, aber einfach mal zu sagen, okay, ich meine, die machen ja auch nur das, was der Markt haben will, Leute, die Investoren auf Krampf Dividende ausschütten, wir müssen noch Dividendenkönig, aber jedes Jahr 20 Prozent verlieren, die Dividende muss ich hoch besteuern, ist halt einfach sehr, sehr, sehr schlecht. Dividende, also gerade die deutsche Dividende, bei Mercedes wird ja auch mit 50 Prozent besteuert. Auf Unternehmensebene hat man ja schon 20, 30 Prozent, privat dann auch nochmal 20, 30 Prozent, je nachdem, also das ist eine der höchsten Steuersätze, die es gibt, das ist überhaupt nicht, steuerbegünstigt eine Dividende, nur so am Rande, genau, aber als möglicher Turnaround-Kandidat, wer sagt, okay, die werden es irgendwann mal schaffen, klar, die sind auch irgendwann mal günstig bewertet vom Markt, irgendwann wird vermutlich zumindest mal ein Zeitwärts-Tief kommen. Ja, Alternative dazu natürlich VZ, Verizon, sieht etwas besser aus, finde ich, aber auch, ja, braucht man auch nicht dafür dazu sagen, wie das langfristig aussieht, immer noch die hohe Dividendenrendite. Ein schöner Wert, der auch vorgeschlagen wurde, na ja, schön relativ, aber ich finde es schön, dass mal ein anderer Wert vorgeschlagen wurde, so wollte ich sagen, ist Vodafone aus England. Ja, kurz, brauche ich auch nicht sagen, gleiche Problematiken wie die AT&T und Co., ich habe es mal auf der Website angeschaut, auch aktuell ja 15%, aber auch die Jahre davor extrem hohe Dividendenrendite. Dividendenzahlungen nicht konstant, beziehungsweise konstant, aber, ja, haben sie halt auch mal gestrichen und Co., oder nicht gestrichen, gesenkt, aber immer natürlich noch eine stabile Dividendenrendite. Ja, brauchen wir das, ich weiß es nicht unbedingt, aber bezahlt wird sie erst mal weiterhin, aber auch hier würde ich mit Kurswachstum nicht wirklich rechnen. So, das waren jetzt die von der Community und ein, zwei von mir vorgeschlagene Aktien mit hoher Dividendenrendite. Es gibt natürlich noch einen komplett anderen Sektor, das sind die REITs, da könnte es ja auch, oder da gibt es ja auch häufig hohe Dividendenausschüttungen, aber da gibt es ja natürlich auch nicht geschenkt, die kaufen oder die emittieren häufig neue Aktien, damit sie neues Geld aufnehmen können, weil die müssen ja per se viel ausschütten. Ja, aber das sind so die Dividendenklassiker, was ihr euch gewünscht habt, die wirklich weit über 4-5% Dividende ausschütten. Nochmal ganz klar, das ist keine Kaufaufforderung, alle Aktien haben massive Probleme, sonst wären sie am Allzeithoch und sonst gibt es keine 10, 8, 9% Dividendenrendite. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euer Favorite ist, vielleicht habt ihr noch eine andere Aktie, die auch irgendwie 7, 8% Dividendenrendite zahlt, wo ihr sagt, das scheint eher safe zu sein und die könnten vielleicht sogar ein Turnaround schaffen. Das wäre natürlich das Optimalfall, aber am Ende sage ich nochmal ganz, ganz klar, das Konto übergewichten mit solchen Aktien würde ich nicht, weil häufig hat der Markt halt recht und die Unternehmen sind zu Recht so hart bestraft worden, die Dividende wird schnell gekürzt und schon stehe ich nur noch mit 3% Dividendenrendite da und vielleicht 60% Kursverlust, das macht dann natürlich keinen Spaß, deswegen kauft doch eher gut aufgestellte Unternehmen und nicht immer die Turnaround-Stories, kleine Beimischung wegen mir, aber ich würde das halt wirklich nicht allzu stark vom Konto gewichten. In diesem Sinne passt auf euer Geld auf, vor allem wenn ihr Aktien mit 10% Dividendenrendite jagt. Bis dahin, ciao, ciao.